Und willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time Master Quest. Das ist Link, ich bin Izuna und wir haben den letzten Part komplett versaut. Also das Ende zumindest, ja. Hey, ich betrete noch gerade den nächsten Raum, ploppt, wer nicht irgendwo im Graben. Und muss hier von vorne anfangen. Die Izuna! Wer auch sonst? Andere Spieler besitzen sowas wie Skill. Aber ich doch nicht. Ich bin doch kein Pro-Gamer. Also das bin ich auch so nicht. Du nervst. So, und ich bleibe dabei. Pfeile wären toll. Ich kack auf Bomben, ganz ehrlich. Die brauch ich beim Boss nicht. Pfeile? Ne, naja, gut. Wir nehmen sie mit, die Bomben. Irgendwie kann man sie ja doch gebrauchen. Und trotzdem brauchen Pfeile. Ich wollte gerade sagen, der war nicht gut. Ach komm. Oh, fick dich. La, 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 la. Let's fail im Schattentempel. Yeah. Kann ich an der vielleicht einfach vorbei rennen? Nein, kann ich nicht. So, die nehmen wir wieder mit. Zack und durch. So, dieses Mal sind wir etwas berechnender. Einmal. Zweimal. Und top. So. Wieder Pfeile verbrauchen. Ja. Aber hey, meine Parts wären sonst nicht annähernd so witzig, oder? Ja. So. Du mich auch. Ich hab nie lebt. Oh, ich hab' jetzt mal ein bisschen. Oh, das kostet mich immer wieder Pfeile, wenn ich da dann einmal durchgehe. Ich könnte auch da hinten einfach einmal durchgehen. Wär vielleicht die clevere Alternative. Du mich auch. So, bevor ich jetzt irgendwas weitermache. So, sind angezogen. Ja, leck mich am Arsch. Geschafft. So. Okay. Erstmal Schuhe ausziehen. So, dann ein Minimalproblem lösen. Also, mein Controller geht, glaube ich, kaputt. Der mag die eine Taste nicht mehr. So. So, den killen wir direkt mal. Oh, eine Truhe. Kriegen wir jetzt immer Truhen, wenn wir Zombies killen? Also, finde ich cool. So ist es nicht. Okay, Rubine, ja. Funktioniert das, wenn ich mich da einfach durchziehe? Wenn ich direkt davor stehe? Irgendwie nicht. Wieso konnte ich mich da drüber rollen? Muss ich das verstehen? Okay. Den können wir... Ach, komm. Den können wir uns auch noch problemlos holen. Ah, warte. Ich raff ihn. Der war clever. Also, der war nicht clever. Aber hey. Oh, mein Mana. Wo bin ich? Da bin ich. Den müsste ich auch holen können, wenn ich mich einfach von da fallen lasse, oder? Okay. Und da springe ich dann einfach weg. Irgendwie fehlt mir da dieser Sammelsound. Okay, der hat wohl doch nicht so ganz funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber von der Seite kriege ich das wahrscheinlich hin, wenn ich mich da hochziehe. Aha! Welche Tür ging jetzt auf? Wasser. Äh. Äh? Okay. Muss ich... Oh, Treffer! Voll rein in die unsichtbaren Teile. Okay. Was kommt hier? Blau. 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 Blau, blau. Blau. Ohoho! Immer der Zähler. Ich werde den Scheißteilen aber auch immer so erschrecken muss. Ja, komm. Ja, beim Springen ausweichen wäre schon nicht so unclever, ehrlich gesagt. Es war nur einer, da kommt noch einer, bin ich mir... Was habe ich gesagt? Komm runter. Ja. Aber mittlerweile sind wir ja geübt in den Viechern. So oft, wie wir die schon kennengelernt haben. Auch wenn meine Herzen gerade etwas anderes sagen. Voll ins Kreuz. Ha! Okay, gut. Eine Kiste kommt dann da oben auch. Oh! Nein, Google, du kannst mir gerade nicht helfen. So. Ja, mein Google hatte... ...wieder... ...reagiert. Das ist schön, wenn es mal reagiert, aber... ...immer in den falschen Momenten. So, da kommt wahrscheinlich noch ein kleiner Schlüssel wieder raus, ne? Nee. Das finde ich jetzt dezent unpassend. Hä? Aber ich komme doch da nur mit kleinem Schlüssel weiter. In dem da drüber ist aber nichts mehr. Ich muss da lang. Da sind keine Schlüssel mehr. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Äh... Das kann nicht funktionieren. Da muss noch was kommen. Ich muss doch noch irgendwas sein. Ich habe doch die Dinger nicht nur wegen den Rubinen besiegt. Das darf ich jetzt null, ne? Jetzt muss da doch irgendwie einen Schlüssel geben. Ich bin jetzt echt nur für Rubine besiegt, die Teile? Hä? Ich raffe den nicht. Oh, toll. Meine Katze ist wieder wach. Ah, warte, Gleitstiefel. Aber trotzdem. Ja, wir brauchen einen Schlüssel, ist mir schon klar. Aber dann sage mir, wo ich ihn finde. Ich weiß es nicht. Muss ich vielleicht in den Gleitschulen hier irgendwas machen? Ich raffe das gerade nicht. Hä? Ich bin gerade so doof für den Raum. Wahrscheinlich einfach nur blind oder so, aber... Das ist auch nix. Okay, also irgendwie... Ganz blöde Idee. Also, das ist wirklich eine blöde Idee, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht mehr, was wir hier machen müssen. Ah. Könnte ich da was freisprengen vielleicht? Ich schlag mal gegen. Mit einem Hammer draufhauen auf das Podest. Keine Ahnung. Nö. Äh. Es geht doch nur nach oben, meines Erachtens. In den Räumen waren wir schon. Alles, was blau ist, da gibt es verdammt nochmal keinen Schlüssel mehr. In dem Raum sind wir. Ja. Ich komme anders in die Räume, aber auch nicht rein. Ich mache hier mal einen Cut. Ich hole mir mal was zu trinken. Und dann grübeln wir gemeinsam weiter. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.